Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Uhrzeit und den Kalender, einschließlich Datum, Monat und Jahr, auf einer einfachen digitalen LED-Uhr mit nur einem Tastendruck einstellen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Uhr zu aktivieren. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige auf dem Bildschirm zu blinken beginnt. Jetzt können Sie die Taste schnell drücken, um die Stunde einzustellen. Wählen Sie zwischen Vormittag oder Nachmittag, um zu erfahren, ob Sie die Uhrzeit auf den Vormittag oder den Nachmittag einstellen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Minuten auf dem Bildschirm zu blinken beginnen. Und jetzt können Sie schnell drücken, um die Minuten für Ihre Ortszeit einzustellen. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt. Und jetzt können Sie die Taste schnell drücken, um das Jahr einzustellen. Halten Sie einige Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann schnell, um den Monat einzustellen. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis das Datum zu blinken beginnt. Drücken Sie dann schnell, um das Datum einzustellen. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zu verlassen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal.